ich gehe jetzt ganz gechillt hier verpassen wir spielen wir jetzt irgendwie ist das nicht so ganz so lustig und daran wir ganz oder gehen wir gehen lieber ganz gechillt einfach nur recht aber tatsächlich vielleicht lieber zum schloss kriegen das aktivieren sollen aber ich wusste davon leider nichts wie nett noch ein abschiedskomitee wir spieren sterben die denn nicht durch einen kanonenschuss geht weg und alle mit einem schuss getötet ich will den flammenwerfer das ist natürlich das negativ wenn ich mausrad benutze ich muss zwischen allen waffen einfach nur wechseln ich muss alle waffen in der hand halten kommt schon für die minigun habe ich immer wenig munition und wenn ich jedenfalls bei system 3 hatte ich immer dafür sehr wenig munition besser fast gar keine weil ich die direkt immer verballert habe mal sehen ob das hier noch soll ob das hier so ist ich meine das ist noch dass die zweite folge die ich aufnehmen seit langem ein langergang und wir haben das level geschafft schnell alles durchgucken wir sind jetzt irgendwo in einem turm wo wahrscheinlich der boss kommen wird und dann verlieren wir wieder alle waffen das ist wahrscheinlich das ist so glaube ich also wenn in diesem level der boss kommen dann verlieren wir wieder alle waffen und müssen alles wieder nochmal machen das ist irgendwie scheiß dass man alle waffen verliert soweit man noch nur einen boss getötet hat ich meine das ist doch nicht so ganz realistisch ich dachte schon die tür zerquetscht mich wach nicht mehr diese statue ich dachte zuerst das ist unbesiegbarkeit wach wie viel sitzt hier in diesem rum einfach die ganze munition verballern nichts für den boss übrig lassen alter was fällt da alles runter wenn man in den kopf trifft sind sie instant tot kommt schon sterb sterbt alle wie peinlich das her wenn ich das spiel nicht ohne zu sterben schaff darüber denke ich grad nach ich darf nicht sterben aber ich bin schon gestorben ich überlege mir ja lauter quatsch ich will wenigstens ok ich setze mir ein neues ziel nur einmal pro level sterben höchstens am besten natürlich gar nicht sterben in diesem level werde ich natürlich nicht sterben schon war ich so gut wie tot nein natürlich nicht die zocken mich so viel ab aber haltet mir direkt vor die nase hier ist doch bestimmt was wir gucken mit dem flammwerfer ob hier wirklich eine wand ist ich teste das immer mit dem flammwerfer oh was hier kanonen munition bei der anderen seite ist doch bestimmt auch was oder auch nicht das nenne ich quickscope yeah serious sam der quickscope ich hätte kein bisschen mehr munition für die minigun da habe ich die schon wieder verballert jedenfalls ein teil davon ich will ich will das aufnehmen gehe vielleicht nicht von meiner nasentür gehe nicht von meiner nasentür und gehe nicht von meiner nasentür und gehe nicht von meiner nasentür und schon hatte ich nur noch 70 Schuss ich habe doch kurz ich hätte hier im roten bau mich gesehen aus so mit einem grund gehe weg du du einäugiger fliegendes du einäugiges fliegendes teil brauche ich flammwerfer nein oder eigentlich könnte es nicht schaden beim flammwerfer komme ich auf die idee war hier nicht irgendwo noch einer da sind welche attacke natürlich nicht so granatenwerfer jetzt stirb doch endlich mal du auch granatenwerfer sniper und das war das fail das ist vielleicht nicht so oft stehen bleiben aber ich bin jetzt schon herbekommen da oben ist ein granatenwerfer der wirft einfach die granaten auf mich ich dachte du wirst hochfahren jetzt fahr ich in den sicheren tod du 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 mit hast du ja ja ich bleib bei der star ausgang juhu super schlische ihr könnt mich alle mal am arsch leckern hier kann man nicht immer so schnell sein was ist das denn kann ich dadurch ja auch ein bisschen um noch mal wenn ich dadurch könnte was sind das denn für fischer sehr eklig nicht wo ich weiß noch nicht wie lange ich noch aufnehmen muss auch drücken ich dachte schon ich werde zerquetscht ich weiß aber noch nicht was das mit diesem tunnel und los wenn ich nach oben guck sie das voll wieder komisch fach wir sind sehr komischer fachstuhl aus je plus ein leben und eine heilung und plus ein rüstung voll sinnlos plus ein rüstung das verliert man doch schon sehr schnell wieder da ja da ist die kanon genau richtig ins zentrum würde ich sagen ich habe wieder munition für die minigarten ich glaube ich sollte lieber erstmal okay ich spare die doch nicht so jetzt habe ich wieder munition ich habe gesagt ich habe die lang genug gespart und seine rüstung das 25 höchstern kann ich nicht auf dem kristall alter wieso sind hier so viele kliers da haben wir mal wieder münze ich weiß was das für ein raum ist doch davor ist noch schluss wir finden im nächsten part haus was das für ein raum das tsch 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 tsch